In der Aero-Promotion hat es relativ viel Erfahrung gesetzt. Die Firma hat immer versucht, im Rekrutement zu überfahren, Spieler zu setzen, die die Tauskernen und die Jungen kümmern und sich entwickeln. Für den nächsten Trainings wird es wirklich ganz gut sein. Für den nächsten wird man nur trainieren, um ein bisschen Konditionen zu kreieren. Es ist eine Idee, die Spieler nicht so gerne. Die Ambition ist ein Wort zu trainieren. Für den Match vom Gegenteil gewonnen hat es die Ambition. Das ist d'abord ein Diskurs des Coachs, ein Diskurs des Präsidenten. Das sind die Konditionen, die sehr interessanten sind. Das sind die Ambition der Sportarten, die sehr interessanten sind. Das ist auch ein Diskurs des Trainings. Für den nächsten Trainings war es sehr gut. Es ist sehr streng. Aber ich bin froh, dass ich den Trainings beginne. Für mich ist es wichtig, dass alle Trainings verbessern. Ich bin froh, dass ich in der Landkreis leben kann. Ich bin froh, dass ich mit einer großen Spielerei hier sehen kann. Ich bin froh, dass ich im Landkreis leben kann. Das ist mein Hebel, meine ersten drei Jahre habe ich hier verbrannt. Ich will hier dem Jungen-Team helfen. Ich probiere sehr hermesslich an der Berger League. Ich meine, du hast einen Eiseplatz. Ich mache mit meiner Erfahrung und ich kann dir viel helfen. Ich wünsche mir den Präsidenten, weil ich viel Erfolg habe. Der Projekt hat mich interessiert. Ich bin mit Zanel und Edith Osmanowitsch. Das hat mir wirklich die Motivation und die Ambition der Gruppe gemacht. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin ein Kollege, wie Chris. Ich bin sehr glücklich, dass ich nach Hause komme.